Doch, das tut schon zum 10-pillionensten Mal Ich geh mal zu deinem Haus Und was ist, wenn's jetzt wirklich abgebrannt ist? Dann bist du schuld Nein, Mann Ich war's wirklich nicht Doch, Mann Das war Nils, immer noch Nilsi Nils hat ein Galgen vor deine Wohnung gesetzt Und ich, da ich ja keine Galgen von ihm erlaube Ähm, hab ich's abgebrannt Dabei ist über dein Haus gegangen Deswegen ist Nils schuld Aber, Can, der Spawner läuft, oder? Ja, läuft Kommt konstant Monster runter, ne? Nö, konstant nicht Wenn du wenig stehen bleibst, dann kommen richtig viele Oder wenn dir langweilig ist, gehst du halt einfach in den Zwischenraum rein Oder du lässt es einfach sein Was ist denn Zwischenraum? Ja, diese große, diese großen Dinger Halle Achso, da oben Die Halle Die Kalle Und wo wohnt Oh, wie genial das aufgeht Ja, da ist ne Fliege Ey, ihr müsst wissen Bei meiner Brücke Die Mane sind gerade gar keine Das bauen gerade gar keine Mops Ja, du musst warten Danke, dass du mich ausreden lässt Ich baue jetzt bei meiner Brücke immer mit sieben Abständen einen neuen Pfeiler rein Und genau nach sieben Pfeilern kommt direkt im Anschluss meine Mine Direkt als Absatz Oh Leute, ich glaube, ich mache jetzt gleich Schluss Ich habe gerade keine Lust mehr Ich fahre jetzt kurz nach Hause Was, du hast Schluss? Noch drei Minuten Möchtest du deine Freundin dazu sagen? Du machst Schluss mit deiner Freundin, dann sparen wir uns die Instagram-Bilder, gut Echt mal? Das wäre mal ne gute Idee Ja Yay, keine Instagram-Bilder mehr Wir sind so gute, äh, Freunde Oh, muss das unbedingt mit Wasser hier gelöst sein? Ich kann auch Leitern hinmachen, wenn du willst Ja, bitte mach Leitern hin Das dauert wenigstens nicht so ewig Oder wir machen da die kluge Übermethode Willst du auch gerade hoch? Ah, ja, ich denke Ja, tu ich Na gut, dann hilfst du mir Leitern hinzumachen? Ah, ne, habe ich gerade vollkommen begonnen Hey, bitte, nicht Schluss machen Mir ist gerade Jeans Haus abgebrannt Das will ich noch ganz kurz fixen Wixen Kann ich das noch schnell machen? Ja, wir wixen, genau Genau das meinte er, Can Genau das Okay Oh, Can, Alter, hast du schon die Schafe angeguckt? Mhm Ich finde das voll geil Ich feiere das immer noch, dass es in Peppys Haus ist Das sollte man irgendwann kurz erwähnen, oder? Irgendwann sollte man ihm das auch mal sagen Oder weiß er das schon? Das sind Hause zu scharf Ich glaube, hier sind zu viele Hühner Äh, Alex, deine Brücke sieht mega Porno aus Porno in Form von gut oder Porno in Form von schlecht? Porno in Form von... Gut Porno Ich wäre auch so deprimiert, wenn man Hausaufbrannt wäre Er fällt mir ein Hm? Wollte mal ein bisschen Dias klauen gehen Hast du noch Dias hier unten? Ich? Oh nee, du lagerst ja nicht hier unten, ne? Heute nicht Vielleicht morgen, okay? Okay Morgen vor allem Hast du Lust, Dias zwei Dias zu geben? Nee Morgen ist Dias Einfach mal nö Weißt du was? Weißt du's bist? Nö Jungs, morgen ist Dias Morgen ist Dias Gar nicht Morgen Schon wieder? Geil Nicht gestern Voll Porno Oh, hab ich ja gar nicht verpasst Oh, das kleckt ja gar nicht gerade Tut's auch nicht Du Mango Bei Yulan mal wieder was in die Dingsleiste eingibt Wahrscheinlich hat den Befehl Kill all except for Nils, Blacklaser, Siberius und ihm Oh, ich mach jetzt Schluss für heute Ich geh jetzt kurz Ah, verdammt Nein, nicht Schluss machen Nein 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 Oh, halt die Fresse Nein Nein Kalle Hm? Bis am Ende warst du, oder? Ja Ich, ey Du hättest mir immer noch Angst Ich wusste, ich hab nur noch ein einziges Herz Wusste, ich darf jetzt nirgendwo runterspringen Was mach ich? Ich springe wo runter Wer hätte das gedacht jetzt in diesem Moment? Hm Das war jetzt so Un Un Äh War voll klug Boah, Leute Das war jetzt so un Warte Mir ist das Wort nicht eingefallen Und die anderen auch nicht Unethisch Ich mach jetzt vor Nils Haus Schluss Für heute Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Wenn es wieder heißt, teasen Das ist nicht Nils Haus, das ist mein Haus Mir ist auch egal Tschüss Jaja Tschüss Er warnt nur noch Ich hab nen Moment verpasst, oder? Hm? Shit Tschüss Bin zu spät dran, oder? Ich hab den schon gebracht, ne? Mütze hintereinander zu bringen ist nicht gut Warmer, traurig Denkst du? Denkst du? Denkst du? Denkst du? Denkst du? Eier Was? Wir wachsen Eier Wir wachsen Eier Was? Alex Ähm Mach mal den mittleren Erdblock weg Den hier, den, komm mal hier, hier Den da, den in der Mitte Darf ich töten? Wenn du leveln willst Wenn du leveln willst Ich mach mit Triffst du nen Huhn? Äh, jetzt! Oh, mein Schwer ist kaputt gegangen Ah, du musst doch, du musst doch schreck schlagen Ich hab hier ein Schwer, das macht instant Ah, ich kann, ich hol mal gleich den Autoklicker raus Alter, ich level megamäßig Ich gar nicht, Moment, lass mich doch mal hin So, ich geh dann schon mal runter vom Server, oder? Jawohl nicht Oh, alle, scheiße Wir machen noch ein bisschen shit Machst du, äh, gehst du auch offline? Du darfst mir schreiben noch so, noch 10 Minuten, oder wie? Wieso die 10 bis 15 Minuten sind fertig? Warte, fragt, warum, warum liegst du da was hin? Ich bin Hünder töten hier, Alter Ich hindere mich nicht daran Da auch mehr Eier Komm, warum, 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 warum liegst du da was hin? Was? Jetzt pennen Liesst es pennen? Okay Ah, Alex, ach, hier lehmein Eisenzeug Aber ich muss mein Schwert noch kaputt machen Oh, ich level grad, Alter, das ist mega die Levelmaschine Alter, Alex Mhm Das ist die XP-Maschine 5000 Trick 17 Die XP-Maschine 5000 Ich bin jetzt schon Level 15, ne? Das ist die Beeihungsanlage 10. Das levelt schneller als alles Nur mein Essen geht grad mega schnell runter Ich bin jetzt 3 Stunden und 36 Minuten, ohne Witz 18, 19, 20 Ey, wisst du was heftig ist? Ich bin ja grad eben an Fallschaden gestorben, ne? Ja Dabei hab ich meine ganzen Stone-Slaps verloren Ja, du kannst unten in den, in den Ding reingehen Da kannst du, da kannst du Kisten leeren und, und Stone rausholen Ja, das ist eins das Gute Alter, Kalle Hm? Ich bin grad Level 22 23 Nice Ich töte grad, ich töte da Level 5 Hühner, ne? Du, du killst grad in Akkord Hühner, sind das Mast-Hühner? Ich kill grad Hühner Im Akkord Hühner, Hühner, Hühner Pfff Ich geh mal kurz bitte Du Mördernnn 24 Level 24 bin ich jetzt Ich hab 20 Level gemacht, in dem ich Hühner getötet hab Warum sind eigentlich alle noch auf dem Server, what the fuck? Weil wir noch weiter aufnehmen in 10 Minuten Chan hat grad nur aufgehört, weil er einfach sozusagen müde ist Weil ich pissen muss, musste Ich glaub Chan ist echt schwul Weil ich pissen musste Jesus, Alter Begründung des Jahrtausends Weil ich pissen muss Pissen muss? Ja, ist aber halt wirklich so, Alter Sein Pipi-Masch Jaja, ist schon okay, ist schon okay, brauchst dich gleich ausrasten Sein Pipan drückte vor... Was ist das denn? Keine Ahnung Nein! Ist doch ziemlich egal Fuck it Fuck it Fuck it Die beiden sind gestört Das ist mega die geile Level Maschine Für mich alleine keiner Ich hab zwei XP Maschinen gemacht Ich nehm jetzt immer Hühnerspawn als Level Maschine Was? Du bist so ne richtige Maschine, Niko Ich bin Niko So eine Maschine, Alter Niko Niko Niko, ey Scheiße Das ist so krank Äh, 24 Wollt's schon wieder? Ja, ich bin... Hast du dich vorhin erst verzaubert? Ich hab eben erst verzaubert Ja, ich hab eben 24 Level an meiner Hühner... An meiner Hühnerfarm gemacht Der mich Hühner getötet hast Und ich weiß nicht wie viel, äh... Stuff an... an der Rest Ich weiß nicht mal Oh, Alter Ich glaub Niko kommt Oh... So ist das geil So ist das geil, 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 geil Ich hab mir gedacht Das macht... Wupp 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 Du 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 Das macht schon geil, 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 geil Weißt, wo du willst wie es comme' Luc Rob ? G franchement in einem Satz dann kann ich neuen irre Wupp 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 Wuhw bubb wupp wupp wuh wuhw du 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 Wuh wuhh wuh 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 you do fuck Würdig du mich nicht triffst Hm... Ist das verrat mir fett geschoren, oder was? Hab ich ich nicht, boah Geile Schlange, keiner sticht so tief und so lange Nein Nein, nein, nein Irgendwann ist doch der Lutz Irgendwann ist der Witz doch mal ausgelutscht Welcher Witz? Irgendwann ist der Lutz schon mal ausgelutscht Wer ist ausgelutscht dein Cock? Der Lutz ist ausgelutscht Dann das hättest du wohl gern, ne? Der Lutz ist ausgelutscht Prozent Prozent Lef vor der 2 Lef vor der 2 das sind alle haben auf das Gras jetzt zu 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 bimsen zum Kürbchen eine Blume wieder hinstellen du bist ein Monk Warte Kalli 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 ja was dann Kalli ich schenk dir was eine Blume ich schenk dir mein Ende des Herzens ist die auch blau wenn man es in der Hand hat? Ne Schuisch Schuisch Brück dich Ach du schenkst ihm dein Weed Brüch die lauten Pferde hier Was kommt Can schrei mal in vorderhand Aaaaaaah wie das mal gegen Psssssss sag jetzt nichts So recht gehts auf Ok Kalli würdest du dich nächste Season mit mir so richtig hart durchlernen Ok Nächste Season erstmal so richtig schön Paarungsakt durchleben Ja komm Alex lass machen Ohoho mein Gott Nein ich will schlafen Mit wem? Dieses Bett ist belegt Nein! Das steht ernsthaft da geh mal raus Jetzt klickt mal aufs Bett Jetzt ist das Bett ist belegt Du bist geil ne? Und ich kann dich nicht schlagen wenn du äh Kannst du mich schlagen wenn ich im Bett liegt? Ne Das behindert alter Das ist Mob griefing weißt du Das ist Das ist Aua Aua Ein Halbherzen Ja das ist Mob griefing Ich hab mit der Hand geschlagen du Mongo Ach so du hast Oooo Entschuldigung Bist du behindert? Schlag mich mal mit deinem äh mit deinem Dierschwert Ein Herz Nicht mit dem Cock Na klar du machst mir auch ein Herz Du mach auf Du musst es schon umschreiben Schlag mich doch mal mit deinem Cock Okay ich mach das aus Ich schlag ihn mit der Hand Ich hab ihm übelst mies mit dem Dierschwert Alles mit dem Cock So Tschüssi Heute haben meine Frames Äh auch Ich geh auch Tschüss für die Zuschauer von Dings Hallo Hallo User disconnected from your channel Das war Ekelhaft Ja irgendwie Man weiß auch nicht wieso Ach Nils ist auch weg Oh Schade Jetzt können wir gar nicht mehr töten Was Nils jetzt sagt Also nochmal an Nils und an die Zuschauer Wir haben nichts gegen Nils Nur ich hab ihm gesagt Nur ich hab in der Aufnahme sogar den Beweis Dass er mich gekillt hat Hi Mit seinem scheiß Galgen Hi Und da geht bei mir der Spaß einfach zu weit Zu tief Kalle Pascal ist so leise Mhm Lächelst Äh lachst du mal bitte Bitte Lachst du mal bitte Über meinen lustigen Witz Bitte Äh Der war zutiefst unlustig Entschuldigung Kann ich nicht Der war leider zutiefst unlustig Ey ich bezahl dich nicht für nix okay Ähm Ähm Jede Brücke wird von meiner Brücke versuchen zu ejakulieren Ich überleg' Ich überleg' grad echt Ich überleg' grad echt ob ich ne extra Kiste Für Federn Ja Und für Für'n Hühnerzeug mache Bleibt übel Also mir ist das scheiß egal Hat das irgendwas zu bedeuten? Mir fehlt echt ne Essenskiste So eine hab ich noch So eine hab ich noch im Äh Kartoffeln am Kopf schmeißen Alex Wow Was? Das Niveau regnet Was das Niveau hat sich geregt? Nein! Bei mir nicht! Dam 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 Niveau bleibt da wo du bist Im Keller Warte ich muss meinen Standardspruch ablassen Wenn keiner redet Komm da jetzt mal Ja Swag War das alles? Jop Und auf dem hab ich jetzt 5 Minuten lang gewartet Voll-komm-richtig Hat sich FUCKING NOCHMAL GELOHNT Mein Nippel juckt Und das soll was sagen Das ist eine Information Die uns alle SUBLENDEND Interessiert Am meisten den Kalle Der steht da voll drauf Mhm Ich nerv den heut glaub ich Megamäßig Geht Kalle? Du nervst Kalle noch im Bett Mit dem das sein Nippel juckt? Bitte? Kalle du nervst Du So Meine Güte meine Brücke sieht so Porno aus Ich seh Porno aus Meine Brücke sieht so aus wie ich voll Porno Ich hab grad zwei extra Kisten gemacht nur für Federn Und ähm Der anderen Staff Ah voll der kommt So hart müssen wir nicht übertreiben Ich hab jetzt einen Monster Spawner gebaut Und jetzt hab ich rausgefunden dass es mit den Eiern mega krank levelt Ich baue mir davon jetzt XP Maschinen Eine XP Maschine Bloß eine? Eier Ja oder fünf Ich mein das ist mega easy zu bauen Du machst Eier und Eier und Eier und mehr Eier Brauchst um das zu bauen eigentlich nur Eier Und du kriegst Essen raus Vor allem in der Hose Ja das ist doppelt nützlich Hm Was wollte ich noch machen Ah Cobblestone rüber ziehen Dann kann ich Erde und Kies nämlich dahin verlagern Ja Sand auch Kalle du bist schon offline ne? Jo Okay Aber du bist noch ein bisschen hier bei uns oder? Und verlässt uns nicht Wobei natürlich wir beide auch allein Unterhalter sein können Wenn es sein muss also so ne Bist du nicht unbedingt vonnöten Da haben wir kein Problem gell Keiner Hau ab Lieg mal schnell vom Server So was wollte ich machen? Irgendwas wollte ich machen I don't know Ich suche jetzt auf jeden Fall noch Glowstone raus Und dann würde ich sagen Es ist jetzt genau halbe Stunde nachdem Das wir eigentlich beenden wollten Aber das ist mir ja vollkommen scheißegal Wenn wir aufnehmen nehmen wir auf Ende So ich mach gleich den Server aber weg Ja lass mich nur noch schnell die letzten zwei Glowstone platzieren Dann bin ich offiziell fertig mit der Brücke So weit bis zur Mine Darüber hinaus Keine Ahnung Mal gucken Ich will ja noch durch den Berg Wo Nils sein Haus draufsteht Durchbuddeln Komplett einmal Mit der Brückentechnik die ich hier anwende Um dann ganz einfach da Einen kleinen Point Dass wir leichter irgendwie zu alles hinkommen Weil bis jetzt müsste man immer entweder drum rumlaufen um den Berg Ich bin doch grad echt zu dumm zum scheißen oder? Wahrscheinlich Willst du die ehrliche Antwort? Nein Schade Also ich kann mir denken wie die lautet Ja Genau Kala hast du jetzt eigentlich Alice mal weiter Achso bei dir geht's auch nicht oder ne? Bei mir geht's Bei dir geht's? Bei dir geht's? Hätt ich mir aus dem gestern auch kaufen können für Geld Hätt ich mir aus dem gestern auch kaufen können für Geld Ich war dabei wo es ging glaube ich Habe ich aber nicht Ich habe mir überhaupt Ballstock gekauft Ja weißt du wenn es geht dann soll er so schnell wie möglich das Spiel fertig spielen Einmal so ein 3 Stunden Marathon Obwohl so weit wie er ist glaube ich braucht er länger Wow spinn hinter mir her und tot Ich finde es irgendwie lustig dass Spinnen Fallschaden kriegen können Schon ranzig ne so Ja hallo das ist ein fucking Spinnen Und Nico Ja Ja We have a very big problem Which problem? Bist du? Wo bist du? Ich bin auf dem Baum Ja weil hier in unserem Hege Ist ein Creeper drin der gerade explodiert ist weil ich ziemlich nah dran war Alter sind die Sind die Leben die Pferde noch? Es ist noch ein Pferd da ist somit das wichtigste da Wieso hast du? Deins Oh ja stimmt das ist meins War nicht Absicht Aber dafür sind es die Hühnchen draußen Die Hühnchen sind weg das ist gut Du hättest jetzt nicht unbedingt den Creepers sprengen müssen ne? Ja Natürlich Ich mach grad den Baum weg hier So ich denke ich hab's oft genug gesagt mit dem Server oder dass der gleich äh Aus geht Ja aber ich will noch ein bisschen fahren warte Dann starte ich nämlich gleich das Stop Dings Du startest das Stop Dings Ja Ich kann die Hühnchen irgendwie nicht töten Oder doch 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 Ich bin doch heute lügisch okay Ah jetzt Man muss nur den richtigen Punkt treffen dann kann man die Hühnchen töten Meinst du DSDS? WTF Niko Den richtigen Punkt Beifingertechnik Zwei Fingertechnik Zwei Fingertechnik? In der Minimistik In der Minimistik Finger nicht ich piste Ich dachte du hast Spaß an Fäustchen An Faust spielen So heute mach ich ein Backup von der Welt ne? Wär gut Ausnahmsweise Mach was du nicht verlassen kannst Gut dann Leute War schön mit euch heute Eh nicht Also mit Kalle nicht Aber Nächstes Mal Kein Problem auch mal mit euch hier irgendwas zu machen Alter was machst du da? Ich verbessere die Farm Die können aus Half-Stabs nicht rausgehen Heißt das wenn wir jetzt hier hingehen? Die kleinen Küken können da rausgehen Die kleinen Küken wow Egal Gut dann Leute Bis zum nächsten Mal Tschuuuuuuu Oh da ist noch Gold Also bei mir ist auch Tschüss Leute W01 Mach diesen Baum noch weg Ihr seid doch noch nicht verschont Bei mir schon Ja gut dann komm Also wenn bei mir guckt Bei mir ist es jetzt auch Ja komm dann 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 Ich hab schon beendet Bis zum nächsten Mal Tschüss